Hallo, herzlich willkommen bei uns im Bergelsberg-Verlag. Wir als lokale Tageszeitung möchten gerne den zukünftigen Azubis eine Chance geben, sich bei uns fürs Berufsleben auszuwerben. Wir haben heute verschiedene Workshops im Angebot zum Thema Beruf, Bewerbung, Lebenslauf, an denen ihr teilnehmen könnt. Wir haben ein professionelles Fotoshooting mit unserem Fotografen Maik und wir informieren natürlich auch über unsere Ausbildungsberufe hier im Haus. Viel Spaß dabei! Also ich bin hierhin gekommen, weil ich ja noch nicht genau weiß, welchen Beruf ich gerne machen möchte. Und wir haben hier auch die Fotos gemacht für die Bewerbung, die ich schreiben werde. Und ich habe halt nicht so wirklich Erwartungen gehabt, weil ich hauptsächlich wegen den Fotos hierhin gekommen bin. Aber so jetzt der letzte Eindruck fand ich ziemlich gut. Ja, ich bin auch aus dem selben Grund wegen den Fotos hierhin gekommen. Aber wir waren ja auch noch auf so einigen Workshops und hier unten haben wir uns auch noch über den Beruf Mediengestalter informiert. Und ja. Und ja.